Und damit willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect. Beim letzten Mal sind wir zum Spectre geworden und haben drei Orte bekommen, die wir untersuchen sollen. Und deshalb wollte ich heute einmal mich auf die Suche nach Learitis Sony machen und zum anderen Mal Noveria auschecken. Und ansonsten mal gucken, was so an Nebenquests noch kommt. So, wir wollen die City denn mal verlassen. Da ist der DLC, den wollen wir noch nicht machen. Ähm, ich glaube hier, oder? Und zwar suchen wir... Hier, wo ist es? Da! Und wir nehmen mit... Dieses Ding muss hervorragende Stoßdämpfer haben. Gut, aber vorher... Gucken wir einmal hier rein. Thurianische Agent. Also erstmal möchte ich, dass du... Dämpfung, Überlastung... Ich würde, dass du hacken kannst. Ansonsten kannst du stark mal auf Schilde gehen. Und du kriegst erstmal Sturmgewehr. Verpanzung, Dechiffrierung. Du kannst erstmal erste Hilfe haben. Oh, mit dem Ding muss man aufpassen. Also ich glaube, die Lava ist schon mal Instant Death. Und jetzt ist die Lava. Wherz performing. Oh, mit dem Ding ist Herr. Vermßung, Däpson. Mal. Ich könnte sagen, ich werde noch niemals wieder aus fiquei darauf achet Muche. Das ist zu ruhig. Wow. Wir sind wohl nicht alleine hier. Stimmt, ich glaube, Tali hat ihren Akzent hier noch gar nicht. Oder zumindest noch nicht durchgängig. Ja, also hier kommen wir nicht durch, ne? Wie ging das? Das ist zu lange her. Aber das hier ist der Pfad. Obwohl doch, da komme ich zur Seite. Convenient. Marco, alles gut. Beruhig dich. Dankeschön. Wow. Ähm, wo müssen wir überhaupt hin? In die Richtung, ne? Zeigt er mir auf der Minikarte natürlich nicht richtig an. Ach, ich muss erst... So. Die Richtung. Ähm, wie konnte ich denn aussteigen? Genau, so. Also, schon mal nicht auf der Seite. Ja, ist ja gut. Ich sehe nur gerade keinen. Wir spüren ihn wohl. Jedenfalls können wir hier rennen. Also... Ein Waffenstück. Gelf Frontkämpfer. Das ist irreführend. Gelf, wir haben keine Biotik. Achtung. Ja. Ja. Das war's für heute. So, die Fahne ignorieren wir mal jetzt. Ich bin die Überhitzungsmechanik gar nicht mehr gewohnt. Oh, der ist noch eine Spur heftiger. Von dem sollte ich mich vielleicht nicht treffen lassen. Ich bin die Überhitzungsmechanik. 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 Oh, schon wieder einen Stufenaufstieg. Wir hatten doch gerade erst einen. So, die XP können wir mal mitnehmen. Und die Credits sowieso. Und hier kommen wir wohl nicht mehr zu Fuß weiter. Äh, nicht mehr mit dem Marco weiter. Zu Fuß schon. Jetzt geht's mal. Hier ist nix. Warum gibt es da diese Nische? Wow. Ach, Schausschützen haben wir hier auch noch. Ey, ich möchte da bitte in Deckung gehen, Gareth. Ja, ist ja gut. Ähm, durch das Scope können wir wohl nicht schauen. Wann wisst ihr, man muss mit einem Schausschützengewehr auch ausgebildet sein, um durch das Zielfernrohr schauen zu können. Äh, Gareth, kannst du dich vielleicht um den kümmern? Ah, der sieht den gar nicht. Einmal vorwärts stürmen. Ah, okay, schon erledigt. Ich denke, Tali wird gleich wieder aufstehen. Da oben ist noch ein Gegner. Oh, ich dachte schon. Ich dachte schon, das wäre ein Prime. Aber da war es gar keiner. Ich dachte, da war es gar nicht so. Aber da war es gar nicht so. Da war es gar nicht so. Auch die Frage, ob ich jetzt da war. Oh, oh, oh. Ich mag ja den Blick, den die Kolosse da drauf haben, wenn die runterfallen. Aber mal ganz ehrlich, die eine Gäfter ist mitten vor denen auf den Boden gesprungen. Die haben ihn nicht gesehen oder tun so, als hätten sie ihn nicht gesehen. Das ist ja schon Blindheit auf Transformers-Level. Ach, nicht verfügbar. Lass auf. Einmal Warp. Und einmal Warp. Jäger. 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 Sukna-kirft. Jäger. 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 Äh. Jäger. Jäger. Viin. Zo. Vamos. Ich glaube, der gab jetzt sogar noch mehr EP, weil wir ihn nicht außerhalb des Marcos besiegt haben. Auch nett. So, ich speichere mal. Werfen haben wir nicht, also wow. Wow. Ich könnte gerade mal Schilde brauchen, wobei... Squad, wo kann ich denn... Woop, stumm und das Training, taktische Panzerung. Das ist vielleicht sinnvoll. Eine schwere Panzerung ist, denke ich, auch sinnvoll, aber... Erhöhte Warpdauer und verbessertes Werfen sind es auch. Da kommen wir wohl nicht durch. Ich weiß. Das war's. Und noch ein Fahrstuhl, weil die Fahrstuhlszenen das Beste im Spiel sind. Da dachte er sich bei, Mann, wo brauchen wir mehr? Redet doch wenigstens mal miteinander. Ich habe eine Hilfe, ich brauche Hilfe. Leara Tassoni, ich glaube. Dank der Frau, ich glaube nicht, dass jemand kommt, um mich zu sehen. Das Ding, in dem ich bin, ist ein Protheon-Sicherheit. Ich kann nicht mehr, also ich brauche, dass ich mich rauskriege, okay? Die Mutter arbeitet mit Saren, welche Seite du bist? Was? Ich bin nicht auf jemandem Seite. Ich bin Benezia's daughter, aber ich bin nichts wie sie. Ich habe nicht gesprochen mit ihr in Jahren. Bitte, einfach raus. Wie warst du da? Ich war in den Ruinen, als die Geths kam. Also bin ich hier.